Glaubensserklärungen Ich erkläre Epheser Kapitel 3, Vers 20 für mein Leben. Gott tut alles, was ich erbitte und was ich denke und fühle. Ich ehre Gott und suche ihn an erster Stelle. Und alle seine Segnungen werden mir hinzugefügt. Gottes Gunst jagt mir nach und überholt mich. Ich bin zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Die Menschen gehen mir entgegen, um gut zu mir zu sein. Ich bin von Gottes Gunst umgeben. Dies ist meine Erklärung. Göttliche Gesundheitsbekenntnisse Ich bin mir der Rechtschaffenheit bewusst. Die Gerichtigkeit gibt mir Herrschaft. Ich bin in Frieden mit Gott durch den Herrn Jesus Christus. Ich lebe über Satan und seinen Lastern. Ich weigere mich, den Dingen dieser Welt unterworfen zu sein. Sondern ich herrsche und regiere über sie in Jesu Namen. Amen. Ich werde haben, was ich sage in Jesu Namen. Ich bin stark. Ich bin gesund. Ich bin gesegnet. Ich bin reich. Ich bin kraftvoll. Ich bin gesaugt. Ich bin frei. Ich bin geliebt bei Gott. Ich bin geschätzt bei Gott und den Menschen. Ich spreche, was ich sehen will, nicht was ich sehe. Ich bin ein kostbarer Same. Ich bin gepflanzt auf gutem Boden im Hause meines Gottes. Ich blue wie der Palmbaum in den Gärten meines Herrn. Ich trage reichlich Frucht zu meiner Zeit. Ich bin voll von Saft und Grün im Herrn. Und selbst im Alter werde ich noch frisch und bluen sein. Mein Blatt verwelkt nicht und alles, was ich tue, gedeiht in Jesu Namen. Im Namen Jesu wird alles für mich gemacht. Ich bin ein Empfänger jeder geistlichen Segnung in Christus Jesus. Ich bin ein Geistwesen. Mein Geist hat eine Seele. Mein Geist und meine Seele leben in einem physischen Körper. Mein Geist befiehlt meine Seele. Meine Seele hoht zu empfängt und gibt meinem Körper Anweisungen und mein Körper gehockt. Im Namen Jesu spreche ich zu meinem Körper. Das unseersturbare Leben Gottes ist in meinem Leben immer sichtbar und ausgedrückt. Ich spreche Leben zu jedem Detail meines Körpers. Ich spreche zu meinem Verstand. Sei vollkommen wie der Verstand Christi und ich befehle dir. Sei ausgerichtet durch das Wort Gottes. Ich spreche Leben zu meinen Sehnen und Nerven. Ich spreche stärker zu meinen Muskeln und Bändern. Ich spreche Vitalität zu meinem Herzen. Ich spreche zu meinen Lungen und Geweben, um die normale Belüftung und das Dorbblutungsverhältnis aufrecht zu erhalten. Ich spreche Perfektion zu meinen Nieren, meiner Leber und meiner Bauchspeicheldrüse. Es ist Leben in jeder Zelle meines Blutes. Meine Knochen, Gelenke und Knorpel sind ausgerichtet stark und fest. Meine gesamten oberen und unteren Gliedmassen funktionieren exzellent. Meine Augen sehen klar und perfekt und meine Ohren funktionieren optimal. Meine Haut ist glatt und gesund wie die eines neugeborenen Babys und Gottes Schönheit. Meine Haarfollikel haben sich bestraft. Ich befehle meinen Haaren an Ort und Stelle zu bleiben. Und wo Wachstum notwendig ist, lasse ich Wachstum in meiner Haarfollikel. Meine Zähne, Zandfleisch, Kieferknochen und die Nerven- und Blutversorgung sind alle gesund, stark und perfekt. Alle meine Hormone und Neufolstämischen Transmitteln sind in perfekter Harmonie miteinander und führen ihre Funktionen normal aus. Mein Verdauungssystem ist in der Lage, alle aufgenommenen Nahrungsmittel zu verdauen, zu absorbieren und zu asylieren. Und die Stoffwechselprodukte werden regelmäßig ausgeschieden. Ich nehme alle Arten von Süchten, Alkohol, Nikotin, Drogen, Binging, übermäßiger Genuss, in Bezug auf Essen, Technologie, Medien, Prokrastination, Klatsch, Faulheit, Verschlafen, Lethargie, zwanghaftes Kaufen und jede Art von übermäßigem Genuss, in Gefangenschaft und in Gehorsam zu Christus. Wie Jesus ist, so bin ich. Alles, was Gott erschaffen hat, ist für mich Leben und Heilung. Deshalb haben Allergien gegen Nahrungsmittel, Staub, Tiere und so weiter keine Macht über mich. Denn Gott hat mir die Herrschaft über die ganze Erde gegeben. Mein männliches Fortpflanzungssystem produziert und deponiert eine ausreichende Menge und gute Beweglichkeit der Spermien. Mein weibliches Fortpflanzungssystem produziert rechtzeitig Eizellen, schützt und ernährt den Fötus bis zur Geburt. Jedes Organ, jedes Gewebe meines Körpers funktioniert in der Vollkommenheit, zu der Gott es geschaffen hat, um zu funktionieren. Und ich verbiete jede Fehlfunktion und Missbildung in meinem Körper. In Jesu Namen. Amen. Ich befehle den elektrischen und chemischen Frequenzen in jeder Zelle meines Körpers, in Harmonie und im Gleichgewicht zu sein und die schlechten Zellen zu verdauern. Meine gesamte menschliche Anatomie, Stoffwechsel und Physiologie ist vollkommen in Christus Jesus' Herrlichkeit. Halleluja. Amen. Gott, der Vater, liebt mich. Ich weiß, ich weiß. Gott, der Sonne, liebt mich. Ich weiß, ich weiß. Gott, der Geist, liebt mich. Ich weiß, dass ich es weiß. Shalom.